Servus und hallo zu, ähm, ja sag ich mal angespielt und zwar Death and Texas. Und habe ich gerade gesehen, wo ich den Ton eingestellt habe. Es gibt einen Streamer-Mode, wo der Chat quasi Commands machen kann und hört sich lustig an. Möchte im Stream einmal ausprobieren. Aber jetzt erst mal das Spiel anschauen. Vielleicht fällt mir das Spiel ja auch überhaupt nicht, kann ja auch sein. Machen wir mal ein New Game. Okay, ähm, ja, hier, ähm, ich habe keine Ahnung, was es von mir will. Ja, schieben wir mal durch irgendwie. Irgendein Typ, der in Arbeit geht, glaube ich. Bitte nur einkaufen geht und Zeugs macht. Okay. Ja, einfach mal Zutaten kauft für die übliche Beschwerung. Man kennt es ja. Der Grim Reaper, das bin ich. quasi Charakteranpassung. Ja, wollen wir natürlich seriös aussehen, ne? Ja. Seriös. Okay, beginnt, äh, ähm, ja. Unterweltbüro, irgendwas. Ja, mach mal. Okay. Äh, Spawn, äh, Spawn, äh, Spawn number 80, okay. Ich muss den Ton ganz kurz. Options. Voice macht mal lauter. Dave, go back. Continue. What am I? You are the Grim Reaper. You are welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis. I know what you are thinking. And yes, your assignment is choosing humans who have to die. As it is your first day. Try to get to know the system. And do not destroy the world. Yes? Haha, gallows humor. You see? Uh, I'm not ready. Okay, whatever you say. Okay. Okay. Clear? Most certainly. The contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance. Marking profiles correctly is the most important task. If you mark more or less than necessary, you will not get your feet. Wie jetzt? Errors in secondary tasks will reduce the total, even if the primary task is... Yes, come. We are the best of the world. The fate of the world lies in your hands. Humans march towards the great... Yes, come. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. Yes, come. Wenn du hier arbeiten möchtest, musst du die Attitüte ändern. Folle mich. Eine weitere Sache. Das wird dein 7-Jährige-Evaluation-Period. Wenn die Woche fertig ist, wirst du eine Woche zeigen, was du von gemacht hast. Reaper. Okay, ich habe quasi Probearbeitswoche, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. So, da ist ein Bar. Okay. Eine andere Ahnung? Alle tot? I need to pick up the marker of death. This choice will find confirm, do not ask me again. Ja, komm. Okay. Und der andere was? 26. Eine, meine, muh. Ja, machen wir mal ausgeglichen. Reaches. Ja, ist ja okay. Ich habe hier Dinge. Ach. Do you want to confirm your choice? Ja. Okay. Äh, was habe ich hier? Oh, komm, die Steuerung. Äh, wo, 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 wo muss ich hin und was soll ich tun? Oh, der neue Deathspawn. Ja, okay. Passt schon. Ja. 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 Ja, das habe ich verstanden. Das habe ich auch verstanden. Okay. Plus 300. Was auch immer. Ach, hier ist... Ja, Gott. Steuerung. Wahnsinn. And today? Yes. Ja, weil... Was soll ich noch machen? Supreme Office? Ist mein... Ich kann... Ich kann hier... Irgendwas machen? Okay. Jetzt habe ich schon drei Dinges hier. Ich hoffe, du findest... Hier sind die Rules of the Earth. Follow them and you will be okay. I'm handing another... One human with an engineering or industrial background has to die. One human with an... Okay. Tracking industria for the money and... Okay. Industrial... Or engineering. Or engineering. Still... Ja, komm. Äh... Ich brauche mal einen Marker of Death. One human has to die. Ich muss die anderen ankreuzen mit, dass die halt... Nicht sterben sollen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Einer... Einer soll irgendwie... Tschüss sagen. Eine Person. Gut. Bis dahin. Yes. Okay. Was ist hier? Ja, aber was willst du von mir? Was mache ich hier? Ja, okay. Ja, ja, ist hier gut. Komm. Kannst du die Klappe halten? Can I buy stuff here? Ah, ein Händler. Äh... Ich glaube, das ist ja... Ich habe 1500. Was machst du? Ja, nee. Komm, geh weg. Was haben wir hier? Okay. Dasselbe. Hier haben wir... Stopp. Da kann ich nicht hingehen. Okay. Dann... Muss ich hier wieder mal... Office, oder? Grim. How was the second day on the job? Me. You do not seem to be enjoying yourself. Okay. So... Did you follow the rules properly? Ja. Yes. Everything looks to be in... Continue the good work and do not let tough choices put you down. Uh... No. You are to mark the profiles as requested. We are not here. Ja, gib halt rum. You will need it. Okay. Gut. Dann end the day. Und nächster Tag. Plus 300 bekomme ich heute. End the day. Yes. Komm. Office. Okay. Was sind die Regeln? Two humans have to die. Was? Two... Keep up the good work. Okay. Two humans have to die. Ah, keine Ahnung. Ich habe ja zwei ausgewählt, oder? Wo ist denn der zweite? Da. Okay. Yes. Was ist das eigentlich mit meinem Handy? Ah, okay. Ist schon wieder vorbei. Kann ich einfach schlafen gehen, oder muss ich jedes Mal bei ihm hier vorbeischauen? Ja. Wie, mein letzter Spawn? Three days you have been with us. Wie, mein letzter Spawn? Wie, mein letzter Spawn? Wie, dein Leben? Wie, dein Leben? Wie, dein Leben? Er, ja. Okay. Kann ich jetzt endlich mal in die Bar gehen? Nö, oder? Im Office? War doch irgendwo Bar. Nö. Keine Ahnung. Ja, normaler Büroalltag-Simulator quasi, ne? Ja, hier. Ah, ups. Upsi. Three Humans. Okay. Einmal. Drei Mal. Und nochmal abwechselnd. Und dreimal. Ja. Stift ablegen. Mein Handy. Bla, 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 bla. Ja, nervt mich nicht mit. Komm. Hier. Job erledigt. Dann. Oh Gott, ist das ein... Die Steuerung hier vom Aufzug, die ist eben wieder zum Office. Grim, there you are. Let us be quick. All the profiles are here. Just as requested. Excellent. Although you made an error with my test note. Was? Suche Inattention ist nicht commendable. Was? I do not fully understand, what you are planning to do with these small and trivial acts of rebellion. You are mainly... Ich hab kein Fehler gemacht. Anyway, I am quite busy tonight, so you can go. Until tomorrow, Grim. Weil ich ein Fehler soll ich gemacht haben. Es hat heißen, drei sollen sterben. Hab ich gemacht. Ja. Ja. Offi. Office. Hm. Ich hab einfach euren Fehler gemacht. So. Just put... A regular day... Two humans have to die. Spare any humans with a food service background. Ach komm. The head chefs will living several years ago he moved from he's always loved mountain this is a food service background hast du nicht so hmm 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 I don't know I have now two hmm hmm culinary birds pastoral so so hmm 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 yes yes schauen wir mal ob der Chef wieder meckert ja Chef meckerst du wieder what a day grim what a day good I see the correct amount of profiles today anyway grim five days you have been with us how does it feel to make the difficult choices hmm 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 ja passtro okay bitte hmm okay do you think our office is the appropriate way to deal with them? yeah your certainty soothes me ours is the tradition and those should not this control over all the lives what do you not consider it unethical to make the choice true enough one must be in charge the others the office is perennial and venerated eons we have spent designing the appropriate methods and strategies we oh i do apologize for taking up so much of your time ja 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 halt die klappe nein so morgen ist glaube ich der letzte tag von der probearbeitswoche oder? warum kriege ich nur 300 am tag? voll wenig so mache ich einen harten job ja zurück ins office im bar kann ich noch immer nicht ups okay read this was haben wir okay at least two humans age 35 or younger have to die any humans with medical background have to die with medical backgrounds have to die okay medizin und unter 35 ja ja erstmal durchlesen hier 4. 10. 12. 13. 13. 14. 15. in der Brühe, keine Ahnung, okay, einen habe ich bis jetzt, allerdings so, okay, so, ja, gut, okay, 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 ich habe bloß zwei mit medizinischem Background, da, 35 oder jünger, dann haben wir ausgesucht, da, 35 oder jünger, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, ja, könnte richtig sein, alles, oder? Yes. Kann man, ob wir es richtig gemacht haben. Auf zum Chef. Ah, ich kann in die Bau gehen. Ah, hierher. Hallo. Ist das leise, ist ein bisschen sehr leise, die Fortun. Ja, 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 komm. Ah, komm. Ah, komm. Nervt mich nicht. Oh Gott. Wir kommen hier wieder raus. Ja, lass mich raus. Ich will nicht quatschen. Ich wähle einfach irgendwas aus. Ah, I'll be going now. Da war's. Mist. Da, hier. Wow. Okay. Zurück, zurück, zurück. Ich will hier weg. Minus 300. Er hat mein Tageslohn gerade vertrunken. Mist. Okay. Keine Bar mehr. Keine Bar mehr. So, was sagt jetzt hier der Chef? Nein. Anscheinend haben wir irgend... New Recruits offenbar. Okay. Okay. Yet you seem to have performed adequately. How do you feel after such a day? After such a day. Excellent. With this attitude, you will become a... Let us hope these days do not continue. Any ideas what happened? From Sword of Medicare bla 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 bla. An instant. Off you go now, Grim. Good night. Okay. Und Testzeitraum geschafft. Also keine Bar mehr. Keine Bar mehr. Keine Bar mehr. So. Hier. Büro. Büro. Machen wir noch einen Tag. Schock. I wonder if there are other Grimms. Yeah. Do humans have to die? Spare humans who seem helpful against the troubles? Okay. Yeah, good. Äh. Position. Policy. Äh. Äh. Ja. Irgendwie. Wird schon passen. Was die. Äh. Äh. Oh no. Pair shop owner. Oh no. Keine Ahnung. Ilpful against troubles. Mmm. Politiker. You humans have to die. Eins, zwei, Astro. Rest, lebt einfach mal. Keine Ahnung, lesen wir eure Geschichte nicht mal durch. Das Spielkonzept finde ich ein bisschen... Ich habe es jetzt nicht wirklich lange gespielt, aber irgendwie sehr wiederholend. Also der perfekte Büroalltag-Simulator irgendwie. Stinklang. So Büro. Das Spiel nicht. Das glaube ich hat schon... Wieder zum Chef. Was sagst du? Willkommen, Grimm. Es ist der Ende der Woche. Wie ihr denkt, ihr habt ihr seid? Wie ihr denkt, ihr habt ihr seid? Wie ihr denkt, ihr habt ihr seid? Ich habe es nicht alles, was ihr habt. Ja. 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 Deine Antwort wurde für den Psych-Eval. Ähm. Jetzt dann. Bevor die... Ich sehe, dass mehr Menschen sterben, als es geregelt hat. Echt? Upsi. Das ist nicht gut für die Evaluierung. Aber... ...such ist die Möge. Jetzt... Wo habe ich die Pabler gelegt? Ah, hier geht's. Right. Die Nummer sei. 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 Okay. 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 Jetzt haben wir nur die Kohle auf dem Kopf, die wir bis jetzt gehabt haben. Plus Null bekommt ich keine Kohle für heute, ne? Kann ich einen Tag beenden? Ja. Ja, komm. Machen wir hier noch Office. Best Newcomer. Ah. Okay. Eins machen wir noch. Try, have to die, spare any humors with a religious background. Okay. War Singer. Du bist hier. Ah, Office Worker. Ja. Gut. Eins. Zwei. Ah, der ist schon tot. Okay. Office-Worker. Orsinger lebt. Ja, drei haben wir. Und einer muss dann nur quasi überleben. Wird schon passen. Okay. Ja, passt schon. Ja, was bringt man das Zeug, was ich her einkauf? Ach, der wechselt der Shop. Okay. A coin, sir. Nee. Ja. Ja. Ja, halt die Klappe. Halt die. Danke. Ich kaufe einfach jeden Scheiß. Ja, und. Komm. Einzige Kiste aufkauft, keine Kohle mehr, passt schon. Minus 1500, passt. Was haben wir hier? Bibliothek oder so. Okay. Die Grimm-Office, der wir parket. Was bist du? Dressing-U. What are you? Ja, 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 gebro, gebro, gebro. Ja, komm. Ich will, will. Ich glaube, es ist eine grimmige Welt hier. Ah. Ja, gut. Gut finde ich es tatsächlich nicht so. Ne. Ah, hier kann ich, hier kann ich wieder wechseln, ne? Die hat man doch auf Fliege gekauft. Warum? Wo ist meine Fliege hin? Ja, mach mal, mach mal, mach mal so. Okay. Okay, äh, stopp. End day. Okay, jetzt Office. Okay. Listen up. Great work today. You fulfilled your time. However, an emergency has occurred, which requires my utmost attention. And I must depart for a couple of days. Okay. Yes, straight to the point. While I am gone, another will be in charge. Even though you passed the evaluation, I cannot leave you without any supervision. You will have more freedom. Ja, okay. Therefore, you will have to continue your daily reports as usual. I will be informed of your progress. Okay. Why? You are already acquainted. It will be Lady Poddington, of course. Okay. Äh? Ja, eins machen wir jetzt nur. 400. Sehr gut. End day. Office. Ich habe Schubladen. Ach, ich kann nicht die Schubladen aufmachen. Ja, wer will denn jetzt was? Ja, lass mich in Ruhe. Ist das irgendwie wichtig? Ist das irgendwie wichtig, was ihr macht? Nein. Ja. Okay. Okay. Ja, komm. Ja, komm. Und hier muss noch eine sterben. fast fast eine Münze wirken. Hm. Tolle Münze. Ja, das machen wir mal da hin. Okay. Ähm. Ähm. Ja, hier. Press. Dann machen wir nur unseren Report. Tatsächlich Report zu der Katze. So. Okay. Okay. Macht Sinn. Unser Job scheint wichtig zu sein. Wir haben noch mal Kohle bekommen. Das ist Death in Texas. Irgendwie spannend. Oder so. Ähm. Kann man hier speichern? Oder ist Autosave oder so? Ich weiß es nicht. Ich wollte es mir mal angeschaut haben. Ja. Irgendwie nett. Oder so. Ist ein kleines Indie-Game. Was haltet ihr davon? Vielen Dank fürs Ansehen. Servus. Das ist ein kleines Indie-Game. 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 Das ist ein kleines Indie-Game.